so weiter geht's mit buddy und terence press start ja wir pressen start sollte okay sein ins trainings lager mit uns ja wir gehen doch mal bei dir rein ja wir haben jetzt zwei drei tage nicht aufgenommen ok ok ist wahrscheinlich springen ich bringe dann muss er springen hat er den einfachen hintergrund ich glaube ich spring also nicht geplant ja wollte ich was jetzt sagen oder hat er den einfach mal komme ich durch game over noch mal den einfachen hintergrund da ist ich eine meldung bekommen von youtube für mein erstes video urheber richtig geschütztes video durch die sound das heißt diese songs die einfach durch bei spencer und terence bekannt wurden ja ich hatte da youtube angeschrieben hier passt mal auf meine freunde alles richtig soweit aber das handelt sich hier um ein spiel wo die sounds einfach inbegriffen sind ja ich kurz überlegen ich habe die falschen tasten moment die falschen tasten angenommen ich brauche doch die 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 ich letzte mal hatten das waren die hier pack controls normal haben wir jetzt wieder unseren so kurz mal gucken ich will erstmal den nee ich hab den falschen hier obwohl komm lass uns mit hören sie eine runde hier hatten ja letztes mal buddy hatten die angeschrieben haben gesagt nee bleibt dabei urheberlich rechtlich geschützt danger ich hätte mich drucken müssen wahrscheinlich und ja bleibt gesperrt also dieses video bleibt auf jeden fall gemeldet hat er mich so ein bisschen demotiviert das tolle spiel hier weiter zu machen okay ich muss mich drücken bis jetzt mal wieder rein fuchsen aber nicht dass du trotzdem trotzdem weiter zucken hier mit terence in dem fall ich habe die ich habe den ton diesmal ein bisschen leiser gestellt ich hoffe es okay ich hoffe es ist nicht zu leise hat den kennen wir doch hier ist ja der der immer seine ganzen zähne verliert hier oder in the name of law not so fast guys fire jetzt geht das wieder los oh haben sie uns von unten den boden zerschossen so nicht meine freunde auf den fuß getreten schell links schell rechts jetzt könnte man eigentlich was aufnehmen über ein getränk oder sowas da das ist für uns jetzt noch mal okay noch mal das glaube ich werfen okay passt warum hat er gerade oben gemacht mal kurz gucken hier ist was drin oder was anscheinend nicht bringt irgendwie nix da musst du nicht mehr mit doch nach voll daneben geworfen gib ihm i haben wir i gedrückt ja weiter geht's auf dem zug lasst uns den zähneweiser finden so ein paar punkte machen wir ja weniger als buddy ach so dieses scheibenkleister wieder wie war denn das oh mist falsche taste super oh das lief dir mal super können wir nachladen ne wir müssen nochmal ich wusste nicht mehr welche taste ich drücken muss das war oh jetzt weiß ich es wieder auf geht's konzentration das ein noch komm pink jawohl damit haben wir alle alle hosen runter macht euch vom sattel komm buddy es gibt was zu essen geht weiter kann man das ding da oben kaputt machen nö das ist der fußtritt gewesen ich vergesse mal das ich verwechsel mal die tasten ab und zu ich hab nicht so richtig drinnen was macht er denn da die hat sich an der lampe festgehalten nein geht doch wieder runter das ist wieder los nein quatsch genau wir wollten eigentlich was trinken jetzt kann man damit schlagen wir müssen ja wirklich erstmal rein gefunden hier das ist ja wie im film hier oh die sacke klatsch 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 schnell links steht da rechts ja dass die fahne da liegen mein freund du brauchst sie nicht klatsch 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 klats jetzt weiter geht es jetzt ein bisschen nobler aus jetzt gleich eins gedränger hier schelle links zähler ist immer das ding darauf habe ich mich aufgenommen hat er nicht aufgenommen mit das nicht auf manchmal nimmt das nicht war das ist jetzt das ding mein zeit er das ding hat das drucken gewesen das bringt natürlich gar nichts ist das doch mal sind erst weg okay damit geschlagen hey wirst du wohl schelle links schelle rechts und weg mit ihr eine stuhl mit man kann ja nie wissen es hat auf jeden fall gesessen das ist so ein bisschen das ging glaube ich von früheren spielen nicht dass du deinen eigenen teammate ergeben konntest und gleich noch mal von hinten und von vorne weiter geht's vier hundert viertausend er hat 53.000 das heißt wir haben doppelt so viele punkte mit sir mario gorgi roti it's over sheriff genau zählen müssen raus wir hier to stop your house and for all oh yes try to stop this okay was macht jetzt was macht er das aufsammeln oder was okay verstehe ich verstehe ich verstehe okay jetzt schon bitte jetzt hat er eine gekriegt das gebietige wieder wieder eine gekriegt gleich dahinter und gib ihm ach so ich dachte ich kann ihn irgendwie ein bisschen besser drin leute du denkst jetzt hast du ihn und dann kommt immer so ein richtig krasses ding dann ja hat oder das ding war voll an kopf das so weit das auch so weit ich hatte noch eine anzeige oder so hier ist er fährt die dinger da achter unten rechts treffer er ist ein sehr bursche kommt eine noch genau her das ding koch dann gleich noch einer in die hand behalten nein so ein sack great ending we are done was war das jetzt hier eine filmkulisse oder was nämlich weil das war jetzt wirklich eine filmkulisse oder okay also deswegen hieß es wahrscheinlich auch training okay auf zumindest mission